Parmakia Parmakia ist ein griechisches Wort. Wir haben hier Chachipiti zur Unterstützung herbeigeholt. Das Wort Pharmacy stammt aus dem Griechischen und hat seine Wurzeln im Wort Pharmakon, was Heilmittel oder Arznei bedeutet. Im antiken Griechenland wurde dieses Wort verwendet, um sowohl auf Heilkräuter als auch auf Gifte zu verweisen, da die gleichen Substanzen sowohl zur Behandlung von Krankheiten als auch zur Herstellung von Giften verwendet wurden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Wort weiter und wurde in verschiedenen Sprachen verwendet, um auf Orte zu verweisen, an denen Heilmittel hergestellt, gelagert und verkauft wurden. Letztendlich wurde das Wort Pharmacy oder Apotheke im deutschen, französischen und anderen europäischen Sprachen verwendet, um eine Einrichtung zu beschreiben, in der medizinische Produkte und Arzneimittel verkauft werden. Und da sehen wir eigentlich die Zusammenhänge, also wenn dieselben Mittel für Behandlungen von Krankheiten, also eben nicht für Heilung, sondern nur die Krankheit behandeln und auch zur Herstellung von Giften, dann sind ja eigentlich diese Heilmittel, eben keine Heilmittel, sondern Gifte, um die Krankheiten weiterhin zu behandeln. Hauptsache ist, man heilt nicht. Und dann später Pharmacy oder Apotheke als einen Ort beschrieben, wo man eben diese Produkte kaufen kann. Auf Wikipedia Pharmakon wird auch verlinkt als eine Religion, wenn man Pharmakos spricht. Und dann hier ganz unten spannend, in critical theory, Pharmakon is a concept. Und the word that can mean either remedy, also eben Heilmittel oder gutes Dings, Poison, Gift und Scapegoat, Sündenbock. In der kritischen Theorie ist Pharmakon ein Begriff, der von Jacques Derrida eingeführt wurde. Er leitet sich von dem griechischen Wort Pharmakon ab, das entweder Heilmittel, Gift oder Sündenbock bedeuten kann. Spanische Etymologie konnten wir nichts Konkretes finden, außer das, was wir schon bereits gesagt haben. Das Wort Pharmacy kommt vom griechischen Pharmakia und ist von Pharmakon, also der Ort, wo man eben dieses Ganze verkaufen kann. In der Bibel kommt das Wort Pharmakia auch vor. Da gibt es ein paar Videos auf YouTube, die man schauen kann. Das griechische Wort Pharmakia kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. Seine Hauptbedeutung ist der Gebrauch oder die Verabreichung von Medikamenten. Aber in Galater 5,20 wird es mit Hexerei übersetzt. Und in Offenbarung 9,21 und Offenbarung 18,23 wird es mit Zauberei übersetzt. Was für uns beinahe dasselbe ist, weil wir kennen da den Unterschied zwischen Hexerei und Zauberei nicht. Dann im Wines Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Also ein Diktionary, ein Wörterbuch, wo das Alte und das Neue Testament, die Wörter beschrieben sind. Und die Definition von Pharmakia ist in diesem Buch The Use of Medicine, Drugs and Spells. Also die Verwendung von Medikamenten, Drogen und Flüche. Spells, how to spell, cast a spell. Aber die Etymologie sagt, Spell, Geschichte, Sprichwort, Märchen, Erzählung in Prosa im Gegensatz zu Versen. Geschichte, Erzählung, Fabel, Rede, Befehl. Dann gibt es ein weiteres Buch, The New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Da gibt es ebenfalls Definitionen zu diesem Wort Pharmakia. The Use or the Administering of Drugs. Also das Verabreichen von Drogen. Zweitens Poisoning, Vergiftung. Drittens wieder Sorcery, Magical Arts, often found in connection with Idolatry and fostered by it. Also das heisst Abgöterei und Förderung von Sorcery, Zauberei, magische Künste. Und viertens, The Deception and Seductions of Idolatry. Also die Täuschung und Verführung der Abgötterei. Und wenn wir uns so zurückerinnern in das Jahr 2020, respektive 2021, da konnte man es deutlich sehen, diese Abgötterei und auch die Förderung davon. Aber das ist keine Neuerscheinung, das gibt es schon früher. Und die Täuschung ist ja offensichtlich, wenn man sich da genau damit auseinandersetzt. Und wir werden das im Verlauf dieses Videos, Episode ebenfalls noch sehen. Hier übersetzt, Verabreichung von Drogen, Vergiftung, Abgötterei, Förderung von Täuschung, also Förderung von Abgötterei, Täuschung, Verführung. Dann eben in der Bibel, Galater 5,20, Ermahnung zum Wandel im Geist. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wer dieser Ich ist, haben wir nicht herausgefunden, sind dem auch nicht nachgegangen. Aber er spricht oder sie spricht davon, dass man im Geist, in wessen Geist das ist, ist hier auch nicht beschrieben. Aber die Fleischeslust sollen wir vermeiden. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Würde heißen, wenn wir der Fleischeslust verfallen, dann tun wir nicht das, was wir wollen, sondern folgen den Trieben. Sagen wir mal so. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wahrscheinlich eben von dem Triebgesetz, Interpretation. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Und Ehebruch wäre Fremdgehen, Prostitution und solche Sachen. Unzucht, wahrscheinlich innerhalb der Familie. Unreinheit allgemein, den Körper nicht pflegen. Und dann Zügellosigkeit, das sind die Süchte, weil man kein Maß mehr hat oder kein Maß mehr hat. Dann weiter Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Götzendienst ist CO2-Abgaben zu zahlen, um trotzdem mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen, damit man so quasi ein reines Gewissen hat, obwohl man ja Bestechung betreibt. Zauberei, grundsätzlich können wir sagen, und die, die unsere Eptymologie-Reihe verfolgt haben, das Sprechen an sich ist schon Zauberei. Feindschaft, Streit, grundsätzlich Feindschaften machen zu streiten. Eifersucht, auch ein spannendes Wort, Sucht nach dem Eifer, den andere haben und wir nicht. Zorn, allgemein Zorn, Wut, Selbstsucht, wer sich selbst sucht und nicht weiss, wer er sie ist. Zwietracht ist einfach Lästereien und solches Zeug, sondern Parteiungen. Und das ist ja spannend, Parteiungen, also wenn wir unsere Demokratie anschauen, dann ist das ja ein Parteisystem. Also ist auch Partei, Demokratie gemäß diesem Absatz etwas Schlechtes, respektive Fleischeslust. Neid, Mord, Trunkenheit, also allgemein Gelage und dergleichen, also da ist nicht nur die Zügellosigkeit, sondern eben an Getrunken oder Getrunken zu sein, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Was auch immer das Reich Gottes ist, dann Offenbarung 9,21, da sehen wir zuunterst, 21 ist markiert. Wir sind hier in der Offenbarung der Apokalypse oder Revelation, je nachdem welches Buch wir vor uns haben. Die sechste Posaune, wahrscheinlich die sechste von sieben. Und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Also diese vier Engel wollen den dritten Teil, also nur einen dritten, also nur einen Drittel töten. Und wenn man von der Hochschätzung geht, dass wir beinahe 9 Milliarden sind, dann wären das 3 Milliarden, die sie da töten wollen. Wer diese vier Engel sind, wissen wir nicht. Und die Zahl des Reiterheeres war zweimal 10.000 mal 10.000 und ich hörte ihre Zahl. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hatten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien. Ja, da könnte man nicht sagen, fühlen wir uns nicht angesprochen. Wir wissen nicht, wie man einen Mühlstein hochhebt, aber dieser starke Engel weiß es und warf ihn ins Meer und sprach. So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Also, es ist so, dass der Stein so groß ist wie ein Mühlstein und nicht die Art und Weise, wie er ihn aufhebt. Und wenn er den Stein ins Wasser wirft, kann man sich fragen, ist der Stein repräsentativ für Babylon, die große Stadt, also das heutige System? Dann wird diese hingeschleudert, dass er nicht mehr gefunden wird. Das wäre so ein Teil des Great Reset von Kläusle. Oder aber auch, wenn wir sagen, Babylon geht ins Meer, dann würde Babylon überschwemmt werden von Wasser. Und der Klang der Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter, die Trompster, wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Man könnte hier von einer Säuberung sprechen, aber vielleicht ist das auch eher ein Absterben, das innere Sterben. Und das Licht des Leuchters, ja, Lucifer vielleicht, oder einfach der Blender, wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Also das mit dem Licht könnten wir ja noch so hinnehmen, aber die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr. Könnte man schon fast von der Individualbesteuerung sprechen, weil da das Urprinzip des Ehebundes aufgelöst wird und deswegen die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr gehört wird. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Warum? Die Kaufleute, das wären wahrscheinlich die Juden, waren groß, ja, sie haben Kapital gemacht. Aber dann steht hier, deine Zauberei wurden alle verführt. Also wir haben selbst nicht gezaubert, wir haben auch nicht alle Völker verführt. Und inwiefern das der eine, der zaubert und alle Völker führt, ist das mit den Kaufleuten zu tun hat, können wir nicht nachvollziehen. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und all derer, die hingeschlachtet worden sind, auf Erden. Dann haben wir mal Google nachgefragt, aber er brachte uns Thesaurus von Medical Enzyklopädie zurück. Drug. Also Treatment ist ja auch Treatment, the mental, also den Geist behandeln oder das Mentale. Oder Vorbeugung für Unwohlsein. Und wir werden noch den Widerspruch darin sehen. Auch spannend, dass Food, Drugs und Kosmetik im Selben drin sind, so wie auch der US Foreign Drugs Administration. Und da sehen wir ja dann auch, dass diese Drogen ja sehr nah mit unserem Essen zusammenhängen. Und dann als zweites Also das, was wir allgemein als Droge verstehen, sind eben narkotische, haluzogene Stoffe, die unser Verhalten verändern oder auch oft in Sucht umwandelt. Und dann haben wir hier recht so sinnbildlich, wie dieser Zauberei, dieser Zaubertrank, eben diese Drogen hergestellt werden. Und dann aber zu Deutsch. Spätes 14. Jahrhundert. Jede Substanz, die bei der Zusammensetzung oder Zubereitung von Medikamenten verwendet wird. Von altfranzösisch Drogevorrat, hier schlecht übersetzt, das würde heißen Supply, Stock and Provision. Also Supply, Zulieferung, Stock, eben der Vorrat und Provision, wer das verteilen. Dessen Ursprung unbekannt ist, also hier etymologisch. Vielleicht stammt es von mittelniederländisch oder mittelniederdeutsch Drogewatte, trockene Fässer oder Drogeware, wörtlich trockene Ware. Und all diese Pillen sind ja meistens auch trocken. Aber speziell Drogen und Gewürze. Und Gewürze trocknet man auch, um lange aufzubewahren. Wobei das erste Element fälschlicherweise auf den Inhalt hinweist. Oder weil Arzneimittel meist ausgetrockneten Kräutern bestanden. Vergleiche Trockenware, so genannt, weil sie in trockenem, nicht flüssigem Mass abgegeben wurden. Späte, Spätlatein, Vares, dann spezialisiert auf Gewürze. Spices, Episse. Aus der gleichen Quelle stammt das italienische und spanische Droga. Und die spezifische Anwendung auf Narkotika und Opiate stammt aus dem 19. Jahrhundert, obwohl die Assoziation des Wortes mit Giften aus den 1500er Jahren stammt. Und Drogi, Drogensüchtiger, ist seit 1968 belegt. Die Formulierung, eine Droge auf dem Markt oder auf dem Markt. Etwas, das seinen Wert verloren hat und nicht mehr gefragt ist. Auch spannend. Ist von zweifelhaftem Zusammenhang. Ja, genau. Und könnte ein anderes Wort sein, vielleicht eine Anspielung auf Drag, was manchmal geschrieben wurde. Dann Paracelsus ist wohl der Urvater der heutigen Impfung. War ein Schweizer. Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus. Hat er 1490 irgendwo in Eck, in der Kanton Schwitz geboren. Mit allen bezeugten Namen, die nie alle gleichzeitig vorkommen. War ein Schweizer Arzt, Naturphilosoph, Naturmystiker, Alchemist, Laientheologe und Sozialethiker. Er wurde zu seiner Zeit vor allem als Arzt wahrgenommen und ist seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer der berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt. Er kritisierte die für die Medizin seiner Zeit grundlegende, hypokratisch-galenische Säftelehre und reformierte die Heilkunde, indem er chemisch-biologische, dynamische Auffassungen und alchemistische Ideen in sie einführte. Ja, einführte, sprichwörtlich. Er veröffentlichte seine Schriften statt in Latein, meist in der deutschen Volkssprache. Und ja, LSD kam ebenfalls aus der Schweiz. Ja, viele solche Dinge kommen aus der Schweiz. Glaubt uns nicht. Überprüft, was wir sagen. Es gibt Quellen. Selber recherchieren. Selber denken. Mit Sinnen prüfen. Aufgabe, finde ein Medikament, ein Arzneimittel, welches keine Nebenwirkungen aufgelistet hat. Und wir wollen hier kurz darauf eingehen, warum es kein Medikament und Arzneimittel gibt, welches keine Nebenwirkungen hat. Das haben wir vorhin schon kurz angetönt, weil es Gifte sind. Damit wir ein Verständnis davon haben können, was wir demnächst sehen werden, haben wir die Piktogramme dieser Warmsignale kurz aufgelistet. Einfach, damit ihr seht, das erste links Ätzend, Hautirritationen, Augenschäden, Atemwegserkrankungen, solche Dinge. Gesundheit schädigen im Allgemeinen, also Organschädigung, Beeinträchtigung der Gesundheit, Krebs fördernd. Dann haben wir hochgiftig. Kann schon in kleinen Mengen zu schweren Vergiftungen zum Tod führen, also gar nichts Gutes. Dann das Ausrufezeichen, einfach Vorsicht, gefährlich, auch Hautirritierend, Allergien auslösen, Eczeme. Hochentzündlich, fast selbsterklärend mit der Flamme. Dann brandfördernd, das werden wir sicher nicht sehen. Unten links, explosiv, werden wir auch nicht sehen, Gasunterdruck genauso nicht. Und dann gewässergefährdend werden wir antreffen. Dann gibt es hier so ein Dokument, das vereinfacht darstellt, was alles so in einer Impfung drin ist. Und hier sprechen wir von einer allgemeinen Impfung oder allgemeiner Impfherstellung nach Paracelsus. Man könnte da auch sagen, da gibt es wie zum Beispiel Mercury. Hier, Quecksilber ist ein Vermächtnis von Paracelsus. Und wir werden Aluminium, Formaldehyd und unten rechts Human and Animal Cells, werden wir kurz anschauen. Quecksilber, flüssiges Silber, davon abgeleitet Lateinisch bla bla. Und Wikipedia sagt da, tödlich, gesundheitsgefährdend und gewässergefährdend. Das ist in Impfungen drin. Aluminium, auch ein chemisches Element. Sagt Wikipedia, wenn es in Pulverform vorliegt, ist es entzündlich. Dann haben wir hier Acetone, aus was für Gründe auch immer ist Acetone aufgetaucht. Ebenfalls gefährlich und entzündlich. Dann Timerosal in End Vaccines. About Timerosal. Mercury is a naturally occurring element found in Earth Cross. Also Quecksilber ist natürlich auffindbar in der Erdkruste, in der Luft, in der Erde und Wasser. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil sie sagen ja auch, die Klassifizierung ist gewässergefährdend. Also müsste man sich fragen, wie kommt denn dieses Quecksilber ins Wasser, damit sie das hier aufführen können, dass Merkur im Wasser vorkommt. Und in der Luft, was hat flüssiges Silber in der Luft zu suchen? Und in der Erde würden wir es nachvollziehen können. Und dann sagen sie, es gibt zwei Typen von diesem Quecksilber. Methyl Mercury is the type of Mercury found in certain kinds of fish. Ja, ist ja klar, wenn wir Quecksilber ins Wasser schmeißen und das gewässergefährdend ist und die Fische da rumschwimmen, dann haben sie das ja dann irgendwann in sich. At high exposure levels, Methyl Mercury can be toxic to people. Also wenn ihr viel Zuchtfische isst, könnte es durchaus sein, dass ihr eben eine große Menge dieser Methyl Mercury ausgesetzt sind. In the United States, federal guidelines keep as much Methyl Mercury as possible out of the environment and food. But over a lifetime, everyone is exposed to some Methyl Mercury. Ja, also die Guidelines ist ja nur ein Stück Papier. Das tut gar nichts. Dann Timerosal, das ist eben das Teil, das hier in Zusammenhang mit der Impfung erwähnt wird, contains Ethyl Mercury, ist etwas anderes, which is cleared from the human body more quickly than Methyl Mercury. Also das sagt dann, der Körper scheidet das wieder aus. And is therefore less likely a cause any harm. Es ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit, dass es weniger Leid verursacht. Und dennoch ist Quecksilber hochgiftig, gesundheitsgefährdend und wassergefährdend. Dann links 2020 Dezember, spannende Headline, Impact of Catch-up, Catch-up Vaccination. Also das sind diese Auffrischungs-Vaccination on Aluminium Exposure due to new laws and post-social distancing. Also man macht neue Gesetze, in denen wird weiterhin erlaubt, Aluminium in die Impfungen reinzutun. Und weil wir ja quasi die erste Pandemie gemäss Billy abgeschlossen haben. Dann Formaldehyde and Cancer Risk. Formaldehyde in der Raumluft reizt die Augen und die obere Atemwege. Ist nicht genau die oberen Atemwege das Symptom, das angeblich das Zeh auslöst? Und haben Sie nicht gesagt, wir sollen Masken tragen, um allenfalls uns zu schützen? Und wir werden dann noch sehen, warum das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Aber Formaldehyde ist ebenfalls, Formaldehyde ist gemäss Wikipedia ebenfalls hochgiftig, gesundheitsgefährdend und hautirritierend ätzend. Und es gibt sicherlich einige, auch unter euch, die Maske getragen haben und Ätzungen im Gesicht hatten. Unten links. Also es gibt da anscheinend freie Formaldehyde und gefesselte Formaldehyde. Aber grundsätzlich geht es hier einfach nur darum, dass sie das selbst sagen, dass Formaldehyde in diesen nichtmedizinischen Masken drin ist. Und wenn man das natürlich so den ganzen Tag vor Mund und Nase hat und das einatmet, ja, dann kann man Atemwegserkrankungen erhalten. The cellular function and molecular mechanism of Formaldehyde in cardiovascular disease and heart development. Cardiovascular müsste ja irgendetwas mit Herzmuskeln zu tun haben, ja. Darum auch Herzentwicklung und auch ein Unwohl, Disease ist ein Unwohl, eine Krankheit. Und wenn wir dann da weitergehen, falsche Reihenfolge, wir werden das nochmal sehen, cardiovascular. Dann gibt es dieses Tris, Hydro, ja Tris, Abkürzung oder Tam, auch Abkürzung. Und dann gibt es da ein lesbares Wort, Trometamin, haben wir hier markiert, ist mit einem Ausrufezeichen markiert. Wir haben das gesucht und gefunden und zwar als Bestandteil des Impfstoffes mRNA. Und das könnt ihr auf der Bundesseite selbst abrufen. Richtlinien und Empfehlungen zur Impfung gegen Covid-19. Also wenn wir eben diesen Ausrufezeichen Stoff in den Körper injizieren, Essigsäure. Ist ein weiterer Bestandteil in Impfstoffen, werden wir dann noch sehen. Ist ebenfalls als hochentzündbar und ätzend drin. Und zwar in der Moderna-Impfung aufgelistet. Critic Acid Monohydrate ist ebenfalls als irritant aufgeführt. Und auf Wikipedia sogar noch als ätzend mit Ausrufezeichen. Ja, da haben sie da etwas vermischt wahrscheinlich. Und wo kommt das dann vor? Ja, aber das wäre das unten links. Johnson & Johnson Critic Acid Mono. Ebenfalls nicht gut. Dann wohl das Wichtigste. In diesen Lipids wurde aufgeführt, dass alle Hersteller dieses Cholesterol drin haben. Und Cholesterol kennen wir alle auch. Sehr wahrscheinlich. Also wir stellen uns hier einfach mal ein Stück Materie vor, das Körperteile drin hat. Body Tissues, also einfach so Hautfetzen oder so irgendetwas. Findet man meistens vor allem im Hirn. Und Spinal Cord müsste die Wirbelsäule irgendetwas sein. Und dann spannend, auf der deutschen Seite auf Wikipedia, dass Cholesterin, auch Cholesterol-Galle fest hart verhärtet, ist ein in allen Eukaryenzellen vorkommender fettartiger Naturstoff. Alle Tiere und Menschen können Cholesterin selbst herstellen, mit Ausnahme Krabbelfiecher. Und Cholesterin ist ein essentieller Bestandteil aller tierischer Zellmembranen. Und dann aber, die hohen LDL-Cholesterin-Werte im Blut erhöhen das Risiko für Infarkt und Schlaganfall. Und das erinnert uns doch an letztliche Meldungen in Zeitungen von Myokardinfarkt, Myokardinfarkt, Herzinfarkt. All diese, die plötzlich und unerwartet gegangen sind. Und wenn wir eben Formaldehyd mit Herz-Cardiovestial in Verbindung bringen, ist zum einen Formaldehyd eine Komponente, die eben diese Mikrodiumikroitis verursacht, plus die Impfung. Die Symptome von Myokarditis, Schmerzen in der Brust, Müdigkeit, Anschwellen der Beine, Knöchel und Füße, schneller oder unregelmäßiger Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Kurzatmigkeit, in Ruhe oder bei Aktivität, Benommenheit oder das Gefühl, ohnmächtig zu wirken, grippeähnliche Symptome. Wie sind diese grippeähnliche? Okay. Die Realität interessiert sich nicht für deinen Glauben oder ich glaube an dich, aber ich glaube auch an Bigfoot. So, sei nicht zu aufgeregt. Krankheit ist Abwesenheit von Gesundheit. Man kann sich gesund ernähren, tägliche intensive Bewegung, viel draußen sein, im Wald, am Wasser, auf Wiese. Das stärkt das Immunsystem. Und mit gesund ernähren meinen wir nicht nur Pflanzen, sondern auch keine GMO und keine Hybridnahrung. Und die zweite Komponente ist natürlich auch das Mentale, mental gesund sein, keine negativen Gedanken haben, keine negativen Emotionen. Und die zweite Komponente ist natürlich auch das Problem.